Die Welt um uns ist in ständiger Bewegung. Wir sind in ständiger Bewegung. Egal auf welche Art wir vorwärts kommen, sobald Wasser mit im Spiel ist, ändern sich die Regeln. Denn genau wie wir findet Wasser immer einen Weg. Wasser geht Hand in Hand mit der Schwerkraft. Wasser kann ein wahrer Tänzer sein und mit seiner Umgebung spielen. Manchmal findet Wasser überraschende Wege. Es nimmt jede Kurve mit seiner eigenen Dynamik und überwindet locker Hindernisse, die sich ihm in den Weg stellen. Wasser will nur eines. Vorwärts kommen. Genau wie der Mensch. Und dafür, dass der Mensch immer weiterkommt, sorgen wir, weil wir dem Wasser immer einen Schritt voraus sind. An jedem Ort der Welt sind wir das verbindende Element, wo immer sich sportliche und architektonische Höchstleistung treffen. Wir zeigen Wasser elegant seine Grenzen auf, damit sich der Mensch grenzenlos bewegen kann und er jederzeit sein Ziel erreicht. ARCO Creating the Future of Drainage Drainage Vielen Dank.